Hallo Leute, da sind wir wieder. Daniel und ich haben uns dazu entschieden, mal wieder ein glorreiches Duo-Cue-Spiel zu starten. Und ich habe jetzt gar nicht geguckt. Es hat scheinbar Minus gegeben. Denn unser Planer meinte, Zillion mit, I mean Zillion mit. Ich habe da mal bei ihm aufs Profil geguckt und ja, diese Season kein einziges Zillion-Rank-Game. Letzte Season kein einziges Zillion-Rank-Game, die Season davor auch nicht. Und ja. Aber er meint Zillion, also. In seinen letzten 10 Games war auch kein Zillion, also. Im Geiste vielleicht. Und wahrscheinlich sogar First-Time-Zillion. Oder es ist ein Elo-Pusher und äh. Ist aber eher unwahrscheinlich. Hey, die Möglichkeit besteht. Vielleicht haben wir ja auch mal Glück. Aber selbst wenn... Aha, danke, Zillion. Danke, das habe ich gebraucht. Pass mal auf der Cloud eben gleich mit der Bombe. Ist closer auch. Hätt sich vielleicht in alle Minutes schämen, aber... Oh ja, der Biss für die 4 AP war auch echt notwendig. Ja. Guck auf deine Lade, verdammt. Aber die haben auch relativ spät... Sind auch relativ spätes Abkommen. Ja, ja. Ich habe nicht mit so einem glorreichen Leech gerechnet. Naja. Bist ja kein Sardine. Wohl wahr. Ich überlege, das jetzt wirklich mal auszuprobieren. Den E-First zu maxen. Ja, vor allem gegen Ola. Kannst du wenigstens ein bisschen auf Range... ...safe farmen. Und dann geht auch runter, meine ich, ne? Wieder. Ne, ich habe meinen E-No komplett daneben geschmissen. Neben alle Minutes. Hm, groß, groß, groß. Bin da. Wow. Ah, das war der Tau-Hit. Mein Pantheon ist in der Mitte. Will den aber irgendwie unbedingt haben. Das wäre sehr vorteilhaft, ja. Pantheon kommt jetzt hier. Na ja. Er war gerade hier auf dem Weg. Vielleicht ist er auch bei den Geistern. Äh, bei den Golems. Hm. Ja, jetzt kann man pushen. Man verliert da halt die ganze Wave. Das ist halt... Das ist halt teuer für ihn. Äh, kriegen wir den? Hm, nicht unterm Tower. Er hat noch den Autohit-Block. Egal, Olaf hat viele Erfahrungen verloren. Das ist schon mal gut. Na ja. Ja. Sollte es dann auch gleich back. Pantheon wird jetzt bestimmt campen. Oh, es ist 25 zu 19. Ja, gut, das nachgucken nach dem Ding hat mich halt viel gekostet. Na ja. Jetzt ist es auch zu low zum ganken. War das eigentlich auch zu low zum ganken? Er ist auch gewartet. Ich bin dazu geneigt, dem keinen Blut zu geben. Kann ich nicht mal. Weiß. Wenn du den schon in der Mitte spielst, ohne Blubuff, ist er dann ganz recht verloren. Vor allem der hat so hohe Mana-Kosten halt. Okay. Wohli, Bär. Äh, Pantheon unter dir. Pantheon unter dir. Hm, I love Threat Lantern. Hätte ich ungefähr einen halben Meter vor mich geworfen. Stand noch einen halben Meter weiter weg von mir. Okay, let's kill. Wie läuft's oben? Ja. Bum, the red buff is up. Ich bin fast ein Level vor ihm. Ja, der hat halt viel Erfahrung verloren durch den Risiko-Wave da. Ist eigentlich ganz gut. Ich hoffe mal, Bot kann das jetzt snowballen. Blumen müsste jetzt auch gleich sparen. Blumen müsste jetzt auch gleich spawnen. Blumen müsste jetzt auch gleich spawnen. Ja, ganz mit der Ruhe, wenn der Angst hat, dass er den Blue nicht kriegt. Hätt ich auch. Wenn er wirklich Sillion mainet, weiß er, dass Sillion's wohl die Bombe nicht so oft kriegen. Äh, die Bombe. Die Bombe. Ist dir auch früher aufgefallen? Ja, ich denk so, hä, was war da gerade falsch? Ich komm nur nicht drauf, was? So, jetzt sollte er mich auf jeden Fall erstmal nicht mehr trainieren. Bald hast du. Hm? Oh. Jo, 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 jo. Will diesen Victor eigentlich mal, oh mein Gott. Denn der läuft aber auch echt in jeden E rein. Ich würde gerne diese Bot-Land nochmal töten. Modded. Modded. They should run now. The rage. The mana. Oh no. Good. Great. The enemy of Demacia will fall. Sehr, sehr freundlicher Pantheon. Lässt sie einfach leben. Was? Wie das denn? Die hat doch nur... Ja. Der hätte auch nur noch 5 oder 10 mana sparen müssen. Der war schneller als die. Der ist einfach weg gegangen. Er hätte bestimmt Angst vor diesem grandiosen Silyan. Silyan ist tot. Ja. Unser Main Silyan ist super gut. Oha. 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 What the fuck? Oha Arap. clear. Ey. Das hab ich völlig verkalkuliert. Naja, der hat auch Fast 30 CS hinter Victor Definitiv ein sehr guter Main-Sillian 1. Red, Glashley.dahl 1. Red, Glashley.dahl Der frisst ja alles. Der ist richtig schlecht. Nächstens erfüllt er nachher noch einen Nutzen. Ich denke an die Pantheon Old. Ich will dem auch wirklich keinen Blubuff mehr geben eigentlich, weil... Naja die Sache ist der Olaf Max scheinbar sein W. Ah für Sustain. Ich kann ihn zwar traden, aber nicht mehr lange. Wer gewordet? Ich denke nicht. Wir versuchen den Try. Oder noch? Boah alter Schwede. Der Silion. Verleicht er sich hoch alter. Wegen Double Kill eh. Ah ja von wegen Bombenklau Penner. Äh netter Freund natürlich. Ich bin auf dem Weg nach oben. Ich weiß nicht wo Pantheon ist. Ja da ist Pantheon schon. Waaah. Waaah. Hallo. Hallo Pantheon. Ach komm, Alter. Ähm, mit dem Miss? Oh Gott, ey, wenn ich das schon sehe, was der Zillian da macht, ne? Toon Session. Ist der gerade geflasht? War gerade am Einkaufen. Oh Gott, der Zillian. Ach, mein Gott. Oh mein Gott. Oh, nein. Nein, das hat er gerade nicht wirklich getan. Und, und es war live drauf, oder? Ja. In voller Größe. Ja. Sehr schön, sehr schön. Vor allem, ich ping ihn auch noch. Ey, Hammer. Unser Main-Sense. Vor allem, da trifft der Victor einmal nicht. Ich rieche Angst. Ernsthaft? Ernsthaft? Egal. Hat der Siljan. Bitte. Wie hat der den noch bekommen? Oh mein Gott. Ich würde mich selber löschen und reporten und von dem getötet werde. Lurls Lasted-mäßig top. Sieht doch gut aus. Ich habe so das Gefühl, Siljan stirbt. Baitet er wieder seine Ulti und verkackt's? Nein. Er fahrregt trotzdem. Du wirst zum Kotzen wie der sich hochhalten. Ja. Baitet er schon. 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 Hä? Hä? Ich bin auf dem Weg, aber. Ich kann nochmal rein. Ich hab den geworfen. Der ist aber auf der Stelle stehen geblieben. Ah. Kann man nicht fighten. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Er macht gerade noch guten Burst. Ich bin. Ähm. Ja, ich kann nicht mehr gegen Olaf anstehen. Boah. Was war das denn? Ist der gerade da reingeflasht? Ah. Ja, ich gehe auch immer extra noch. Ah. Das war ja, ey. Ich weiss ja net, ne? Der Selian Pickdown. Ich weiss ja net. Wie der Thresh die jetzt noch gerettet hat, ey. Olaf mit Bott. Naja, wenn du weh magst, ne? Ja. Oh. Mad, Bro. Ähm, ich würde sagen, danke. Selian, du hast keine Ulti mehr. Ja. Wie der einfach extra nochmal reinläuft, ne? Mhm. Ich weiß langsam echt, dass das ein Troll ist. Ja. Ich weiß ja nicht. Wir müssen Vayne irgendwie nach Hause schützen. Ja. 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 I quatre harte. Ich weiss ja nicht. Ich weiss ja nicht. Wir müssen Vayne irgendwie nach Hause schützen. Haben wir vielleicht noch Chance? Falte. Vielleicht ja. Ich bin auch eigentlich nicht mehr dazu geneigt, dem nochmal einen Blue-Waff zu geben. So intelligent wie der immer stirbt. Aber sonst trollt er erst recht. Das ist total für den Arsch, ey. Irgendeiner von uns beiden hat ein sehr, sehr schlechtes Karma. Wenn es wirklich um Karma geht, dann bin ich es. Ja, das Problem ist, wer von uns kommt schon an den Weg, doch einen außer dir. Ja, ganz genau. Oh. 5 für 2. LOL, der Olaf! Das Olaf-Rack, Alter! WTF, ey? Hast du das gerade noch gesehen bei Vayne? Zum Teil, ja. Holy moly, ey. War echt ekelhaft. Interessanter Olaf-Bild, muss ich auch mal ausprobieren. Ja, vor allem jetzt auch noch Spirit-Visage. WTF? Ich brauche unbedingt Health Reduction. Definitiv. Aber hätte die Jynx keinen Flash gehabt, wäre die vorher schon tot gewesen. Die sind immer wieder ganz anders ausgegangen. Aber kein Flash mehr. Mal gedacht. Ganz genau. Ja, hat er gedacht. Aber jeder kann den snacken und dann mitte holen. Ja, da sind noch mehr im Top-Jungle. Eine Bombe noch. Ja, gut. Sehr schön. Raus da. Annie kommt. Oh. Oh. Loll, Vayne. Sehr schön. Loll. Gerade geben die sich echt Mühe das zu werfen. Was sei Dank. Mmmh. Lol. Puh. Loll. Loll. Okay. Ok jetzt müssen wir hier ganz schnell raus. Ja. Was? Lol, oh mein Gott Crash opfert ein Leben für uns Da sind einfach Oh lol Crash opfert sich Sehr ruhig Oh, schade ist er dann getroffen Oh mein Gott, der fresh Nein, fresh überlebt das Scheiße Oh mein Gott, nein Lol, lol WTF Hast du mich ignited? Oh Gott Hör, ich hab noch meine passive Passive op Oh, Vayne Jawoll, sehr schön Zum Glück die Vayne ist einigermaßen gut Aber kann ich den Olaf nicht über die Wand schubsen? Ne Das ging doch mal ne Zeit lang, oder nicht? Echt? Oder war die Wand einfach zu dick? Ja Also hier kannst, da kannst du ihn glaube ich rüber werfen Hier geht's zum Beispiel auch Da kannst du ihn auch mit Nautilus rüber ziehen und sowas Die Wand hat bestimmt währenddessen Wo kannst du mit Nautilus rüber ziehen? Kannst du mit Nautilus rüber ziehen? Da mit Nautilus rüber ziehen Ne Ich glaube schon Da kannst du auch dranhängen Mit Nautilus Naja, ich glaube das ist die einzige kleine Wand, wo du rüber ziehen kannst Sicher bin ich mir allerdings nicht, ich habe Nautilus nicht so viel gespielt Wenn ihr das wisst könnt ihr uns das wissen lassen Wird Psst Ähm Warte mal Ein Endpunkt Schreibt sie in die Kommentare Oh danke Ich glaube auf der Ende ist der gerade besser Ja Ja wir haben beide Sunfire ne Ja Du musst einfach nur den Burst überleben Genau wie du Ja solange wir den Burst abkriegen ist alles gut Komm her Einer dieser Momente Wenn dir ein großer haariger Bär hinterherläuft Der Annie vor allem auch noch ne? Ja Ey Warum denkt die nicht ich bin Tibbers? Knapp Oder? Einer Weiß nicht Äh Aber wir sollten die Seed machen Wir haben Wir haben Ja wohl gegen Dings ist nicht Aber aufpassen was wenn nicht stirbt Lass uns bottom gehen Oh Oh Folgt ihr? Nein Wenn folgt natürlich nicht Ich würde jetzt nicht ganz sagen Ah Ja ganz genau Schiehst du den? Ja Boah alter Der Damage von Viktor Die Silienbombe war noch drauf Die Silienbombe war noch drauf Die Silienbombe war noch drauf Good job Macht sich der Silienpick ja doch für etwas bezahlt Ja vor allem er ultet dich Du gehst low Der hat mich nicht geultet Ich bin gestorben Ja er ultet mich Achso dich Und ich leb noch So Hm Woah Woah Ey der Thrasch Na Das merkt sich wie dem Heartseeker Strike Okay Respekt Was kauft denn der Pantheon Hm Gut Voll Damage Ja Oh Viktor irgendwie rauskriegen Ja Können wir auf jeden Fall den Baron machen Aua Ach Viktor du Mann du Sau Warte Ich wollte gerade sagen Du wolltest jetzt nicht smiten Wenn du sagst Wir können Nein 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 Ich wollte jetzt nicht smiten Das war ja das Problem Weinen spotten Aber wir brauchen auf jeden Fall Vayne Sonst Ja Wollen wir gar nicht erst drüber nachdenken Ja Wollen wir gar nicht erst drüber nachdenken Und und Rennt zum Viktor Wow Ja Okay Pantheon 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 Boah Huiuiuiuiuiuiui Oh uau mag was machen die denn da oben Oh ven hat gern Korang Ja und wer Soll in den bitte tanken IJ EJ Fährstum Ich muss den ja 싫 beleg Ja guys lass mich zwischendurch mich Ok geht los Oh Jynx Oh guck dir das an alter Der Zillion 0 Mana 0 AP Ja 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 den Blue brauchst du wohl Vor allem der schreibt die ganze Zeit El Bu Ja El Bu Französisch Ich hasse es wenn ich meinem eigenen Team keine Buffs klauen kann Ja aber Wayne ist gut genug der sollte Ja deswegen ja Ah Der macht noch ein bisschen Schaden Ja Not fresh Ja ok das schon richtig ja deswegen lang so ein bisschen was zu den solo schlecht aus ex wird immer höher und pantheon könnte springen aber er hat sich auf jeden fall zurückgezogen oh weia da fahrt ungeghost raus ich habe so ein bisschen angst dass selian gleich drauf geht ich halte die mal weiter damit aber nicht in geld so jetzt könnt ihr rein die jinx ist nicht dabei ne wie gesagt klingt zwar nicht dabei boah diese tankige frontline alter ja das ist echt richtig krass und wir haben immer noch die selianen ulti vor allem das sind erstmal 8000 live die die überstehen müssen ne ja hallo ok da ist schön ja dann wird das doch auch endlich mal wieder ein ein wohlverdienter sie würde ich sagen ja würde ich auch mal so sagen und vor allem eine gut gespielte vain ja endlich mal kein shit ad carry aber ok das war's dann für heute bis zum nächsten mal ciao leute bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Vielen Dank.